Applaus Applaus Hallo, grüß dich. Das ist die Frau, die gehört. Weisste das? Ja klar. Aber halt Sie gut fest, ihr seid meine Ro-Zero hier. Bei Amstatt ist das die Ro-Zero gewesen. Aber ihr seid alle ganz sicher, es passiert nichts, was ihr euch ausdrücklich wünscht. Und es ist so... Lass ihn ruhig, lass ihn ruhig, jawohl. Ich springe bitte. Mein Foto. Das war schön, danke. Wie alt bist du zwölf oder was? Elf. Bist du ein Nachwuchsmensch, das Kind darf Susanne auch bleiben überhaupt. Also, wenn ich hier rauskomme, ist Beifall geplant, hat man euch wahrscheinlich gesagt. Du bist noch nicht mal elf, oder? Zehn. Zehn, mein Gott. In solchen Hemden haben wir früher Kreuzforträtsel gemacht. Weißt du gar nicht mehr, was das ist, gell? Ro-Fort. Ro-Fort, ja. Deswegen sind wir auch in Offenburg. Also, ich hab gesagt, für die letzte Show müsst euch was ganz Großes einfallen, dass das ZDF gesagt hat, dann machen wir Offenburg. Ja, wo ist das? Mensch, guck mal, hab ich Securexies und da? Ja. So eine Fette. Ihr seid alle hier in die Fansgruppe von Felix, gell? Ich hab' zehn Stunden geprobt, denkt euch nicht dabei. Aber ich hab' mir nur merken können, wie die Sendung heißen und wer ich bin. Grüß dich, servus. Servus, hallo. Achtung, kannst du zu Hause erzählen, ich hab' mich noch persönlich kennengelernt. Ich hab' noch was vorgekommen. Hallo. Ach, grüß. Warte mal hier. Ich hab' noch. Ich hab' noch nicht gedacht, was ich sieh'n. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hallo. Wie verrückten Sie mich, gell? Aber, ja, ja. Sie haben nicht alle für Knossi wahrscheinlich. Was ist gut? Alles, guck mal, so Schapin, das geht mir farb, glaube ich. Das beginnt mir immer. Bin noch schon fertig, bevor es losgeht. Wie verrückt, wie verrückt. Das hast du extra schick gemacht, oder, für mich? In Leipzig, sagst du, du reißt mir nach. Echt. Aber ich bitte, wenn ich heute, es ist wirklich die Letzte, ich mache die Letzte, dass es bitte zu keinen größeren Unfällen kommt, keine Geburten, keine Suizide. Wenn ich einfach sage, das war's, und ich schicke das Nervnis hin. In die Mitte Kuppe hier. Ich glaube, Sie haben nicht in den Grünen, sag mal. Ach so, die. Macht gut. Wenn ich dann da rauskomme, wäre es nett, wenn ich hier klatsche, da finde ich keine, als Foto mit uns beiden, ist doch gut. Wer macht's gut, dass? Jetzt kennst du ewig, dass ich mir mein Handy anbaut. Warte mal, ich muss mich mal hinterlässt. Das geht. Dann mach mal so. Hinterlässt. Hinterlässt. Backlett. Danke. Herr Sturm. Tausend. Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.